Ja, vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns hier nochmal zu präsentieren. Die VSG Erklinike mit tausend Mitgliedern, hier der größte Verein Erklinike mit sieben Abteilungen und ganz herausragend die Fußballabteilung, die in diesem Jahr Berliner Meister geworden ist und damit in die Oberliga aufgestiegen. Damit ist unser Name Erklinike überregional vertreten, denn wir spielen nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist, denke ich mal, ein gutes Aushängeschild für unseren Ortsteil. Ja, wir haben hier zwei Vertreter, die ich gerne etwas vorstellen möchte. Das eine ist unser Trainer Simon Rösner, der uns auch zur Berliner Meisterschaft geführt hat, zweimal sogar. Und ihn kennt man, es ist Thorsten Matuschka. Und unser Mannschaftskapitän, der VSG Erklinike. So, Simon, du warst ja schon mal Berliner Meister, nämlich 2012, 2016. Wie ist da so der Vergleich? Erstmal schönen guten Tag an alle, die bei diesem wunderschönen Wetter den Weg hierher gefunden haben. Um die erste Frage relativ schnell zu beantworten, ich glaube, so einen richtig großen Vergleich gibt es nicht. Wir haben 2012 den Weg, den die VSG Erklinike durch die unteren Ligen Berlins vollschritten hat, dann irgendwann mit dem Berliner Meistertitel abgeschlossen. Und das war, glaube ich, eher, ja, nicht als Überraschung zu sehen, aber wir waren nicht so der deutliche Favorit wie im letzten Jahr. Letztes Jahr war es, wenn man ganz ehrlich ist, mehr oder weniger eine Pflichtaufgabe, Berliner Meister zu werden. Die haben wir gelöst in einer überzeugenden, überragenden Art und Weise. Und von daher möchte ich oder kann ich da ganz schwer Vergleiche ziehen. Ja, du warst ja auch schon Trainer bei Viktoria. Was begeistert dich in Erklinike, Trainer zu sein? Also erst mal die ganze Art und Weise, wie der Verein aufgebaut ist. Also ich habe schon ewig Kontakt mit dem sportlichen Leiter und Macher von diesem Verein hier mit dem Daniel. Und wir sind irgendwann zueinander gekommen, weil ich noch ganz hoher Anlasstrainer war. Und ja, wir haben den Kontakt nie verloren. Und es hat halt immer Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Und von daher war ich natürlich auch schnell zu begeistern, als er mich dann zum Beginn der letzten Saison gefragt hat, ob wir sich einfach nochmal machen wollen. Und ja, dann haben wir uns in ein Boot gesetzt und sind, wie gesagt, erfolgreich durch die Saison berudert. Ja, hast du dich ja nicht mehr gut gehalten, sondern bist ja noch recht jung als Trainer, 40 Jahre. Und wenn man deine Statistik anguckt, da gibt es ja so Statistikseiten, dann hast du eine recht gute Bilanz. Ich sehe 68,1% Siege, 12,8% Unentschieden und 19,4% Niederlagen. Was ist deine Vision im Amt als Trainer? Ja, was möchtest du gerne verwirklichen umsetzen? Als erstes möchte ich dann umsetzen, dass die 19,1% Niederlagen noch ein bisschen weniger werden. Ja, dass wir da noch eine bessere Statistik hinbekommen. Und ansonsten möchte ich mal gucken, wie weit der Weg mit der VSG-Aklinik hier geht. Und ansonsten ist das Fußballgeschäft so kurzlebig, dass man da schlecht oder schwer planen kann. Ansonsten bin ich mit dem, was wir hier gerade machen und tun und die Vision, die dieser Verein hat, sehr zufrieden. Und mache mir keine Gedanken, wie es letztendlich irgendwo anders oder sonst irgendwo weitergeht. Mit der Klinik hier so weit wie möglich und so hoch wie möglich Fußballspielen. Ja, wir haben ja schon vier Spiele in der Oberliga gehabt. Da gab es das 1-0 gegen Obdek Rathenow. Wir haben 1-0 in Malchow gewonnen. Wir haben den großen Favoriten Tennis Borussia 2-1 geschlagen. Und jetzt, ja, nur 2-2 in Selow. Aber wie bewertest du die letzten vier Spiele? Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir nach vier Spielen Tabellenführer sind, ungeschlagen und 10 Punkte haben, hätte ich sofort unterschrieben. Ja, das ist das 1. Dann die ersten beiden Spiele mit Obdek Rathenow und vor allen Dingen in Malchow. Wussten wir von Anfang an, wie schwer diese Spiele sind, weil Obdek Rathenow als Regionalliga-Absteiger und Malchow als Team, was schon seit Ewigkeiten in dieser Liga spielt und diese Liga kennt, waren natürlich unheimlich schwer. Denn wir sind und bleiben Aufsteiger, auch wenn wir einen guten Kader haben. Aber wir wussten, was uns bevorsteht. Von daher war ich mit diesen Auftritten und diesen knapp klingelnden 1-0-Ergebnissen sehr, sehr zufrieden. Das Highlight vor fast 1000 Zuschauern gegen unseren Dauerrivalen TB ist natürlich nicht nur für uns ein Highlight gewesen, sondern auch für alle aus dem Bezirk und alle Fans von Alklinike. Ich glaube, dieses Spiel, da haben alle und lange hingefiebert. Das haben wir dann auch in überzeugender Art und Weise gewonnen. Da sind wir auch immer noch stolz drauf. Aber, und da möchte ich jetzt so ein bisschen mahnende Worte an alle, die uns auch begleiten, richten. Wir werden und können nicht alle Spiele gewinnen. Und von daher finde ich dieses Abwerten eines 2-2-Unentschiedens in Seelow so ein bisschen falsch und nicht angebracht. Denn wir sind sehr zufrieden, diesen Punkt mitgenommen zu haben. Wir sind weiterhin umgeschlagen. Und man muss vor den anderen Mannschaften halt einfach auch diesen Respekt haben, dass man sagt, man fährt auch als eventueller Favorit zu einem Auswärtsspieler am Freitagabend. Und er kommt dann nur, in Anführungsstrichen, mit einem Punkt wieder. Und wir sind damit zufrieden, wir können damit leben. Und Seelow hat sich an diesem Abend durch ihren Einsatz diesen Punkt auch wirklich verdient. Ja, vielen Dank. Und nun kommen wir zu Thorsten Matuschka, besser bekannt als Tusche. Ja, du bist ja hier Neu-Alkliniker, Neu-Intim und Alkliniker-Spielzimmerfest das erste Mal auf der Bühne. Wie ist dein Eindruck zu diesem Fest? Ja, auch erstmal hallo von meiner Seite an alle, die hier sind. Wir haben natürlich ein geiles Wetter, das ist natürlich klar. So viele Eindrücke konnte ich noch nicht gewinnen, weil ich gerade aus Weißensee gekommen bin, weil wir mit den A-Jungen da Pokal gespielt haben und 6-0 gewonnen haben und eine Runde weiter sind. Das war das Erfreuliche. Aber hier ist ordentlich was los und ich hoffe, die Zuschauer und die Gäste haben mir eine Menge Spaß. Ja, du hast ja bei einem recht großen Verein gespielt, Energie Cottbus. Dann warst du lange Zeit beim ersten Jahr auf Senior, dort auch Mannschaftskapitän gewesen, dann warst du in Cottbus. Wie kam es zum Wechsel nach Halkliniker? Ja, natürlich durch den Abstieg jetzt im Sommer mit Energie Cottbus ging es für mich in Cottbus halt sportlich nicht weiter. Und haben uns dann relativ schnell mit Daniel Böhm getroffen und haben ein paar Dinge besprochen, wie die sich das vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich bin da uns schnell einig geworden und ja, ich will den Weg, den der Verein hier eingeschlagen hat, mitgehen und das hört sich interessant an. Und ja, wie der Trainer schon sagt, wir sind sehr, sehr gut gestartet. Vier Spiele, zehn Punkte als Aufsteiger und wir hoffen natürlich, dass es dann so lange wie möglich ungeschlagen weitergeht und dann werden wir mal sehen, wo der Weg hinführt. Und die Spiele deiner früheren Teams, verfolgst du die noch oder? Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt hier wieder in Berlin bin, wieder hergezogen, gehe ich natürlich, wenn es passt zur Union, die Spiele gucken. Gucken natürlich auch nach Cottbus, das ist ja klar, das ist meine Heimatstadt und natürlich verfolgt man das. Und wie gesagt, wenn es irgendwie passt, gehe ich zur Union, weil es immer eine geile Stimmung ist, immer schöne Spiele sind. Aber wichtig ist jetzt erstmal hier, Voskei Alklinike und das ist das, was zählt. Und ja, wie gesagt, also wenn es passt, bin ich da. Ja, früher hast du vor tausenden Zuschauern gespielt, also auf fünfstelligen Alklinike sind es natürlich ein paar weniger. Wie ist der Unterschied, wenn man jetzt von etwas weniger Zuschauern spielt? Ja, natürlich, es macht mehr Spaß, wenn viele Zuschauer irgendwo sind. Dafür spielt man ja Fußball, dass man vor so vielen Möglichkeiten oder vor so vielen Zuschauern wie möglich spielen kann. Aber dafür ist es jetzt die Oberliga. Wir hatten gegen TB knapp tausend Zuschauer. Das war schon mal sehr, sehr cool auf dem Freitagabend. Hoffen natürlich, dass wir durch unsere Ergebnisse und durch unsere Spielweise in der Klinike natürlich noch viele Zuschauer hinlocken können ins Stadion und zu unseren Spielen. Und ich hoffe, dass man vielleicht einen von heute vielleicht mal öfters bei uns auf dem Sportplatz sieht. Und das wäre natürlich cool. Und wie gesagt, wir müssen natürlich auch was damit tun. Wenn wir gut Fußball spielen, wird es interessant, dann werden die Leute von alleine kommen und dafür werden wir alles tun. Ja, neben dem Fußball musst du ja auch noch nebenbei arbeiten. Du hast letzte Woche einen neuen Job angetreten. Wie war dein Eindruck? Ja, es ist natürlich auch ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ich bin jetzt bei Detlef Müller im Fanshop. Ich kann da verschiedene Dinge reinschnuppern, weil ich jetzt natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken muss. Außer vom Fußball, ich bin jetzt auch 36, ich werde nicht mehr allzu lange spielen können. Und jetzt gilt es für mich auch, die Dinge nach dem Fußball vorzubereiten. Und da gibt mir Detlef Müller die Möglichkeit. Und jetzt ist es an mir, ich will meine Trainerscheine machen, versuchen dann, Simon mal abzulösen. Nein, natürlich nicht. Mein Weg zu gehen und ich bin froh, dass ich bei der A-Jugend Co-Trainer machen kann. Und der Jugend Franz ist ein alter Trainer, ein erfahrener Trainer, kann da auch viel lernen. Und ja, dann werde ich mal sehen, wo es mich hinverschlägt. Ja, bei der A-Jugend kann man ihn also wie gesagt sehen. Aber jetzt habe ich noch was anderes gelesen. Tutsches Fußballcamp gibt es jetzt. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, das ist auch, was wir schon länger mal geplant hatten. Jetzt können wir das im Oktober machen. Bei der VSGI Klinike haben wir auch ein paar Überraschungsgäste bereit. Ein paar alte Kameraden von Union werden da mal aufdribbeln. Und ja, wir versuchen natürlich den Kindern auch Fußball zu lernen. Und ich hoffe, dass sich viele anmelden. Wir viele Kinder da haben, die auch Spaß mit uns haben. Und dass wir denen noch ein bisschen den Fußball vermitteln können. Egal wie alt sie sind, ab sechs Jahre können sie sich anmelden. Und wir haben Brunemann macht mit, Francis Banecki macht mit. Also es sind doch ehemalige Ex-Profis da als Trainer dabei. Und wir hoffen, dass das ein Erfolg wird und vernünftig wird. Und hoffen, dass wir da auch noch mal ein paar schöne Dinge erleben können. Und in der Woche werden wir natürlich alles dafür geben, dass das vernünftig abläuft. Ja, vielen Dank. Das waren die Interviews mit Simon Rösner und Thorsten Matuschka.